Hallo liebe Freunde, ich bin euer kleinhobiger Klamanol. Schnuck, ist ein bisschen verwackelt. Heute ein Thema. Seht ihr was hinter mir ist? Sauber und augenlich. Mein... Mundzimmer. Ich habe immer früher, ich habe Video gehabt mit Äste gemacht hier. Da war scheußlich gewesen, hässlich gewesen. Und ich habe was schönes gebastelt. Ich habe die Äste weggeschmissen. Habe ich auch das Video gedreht und dann habe ich noch ein Ast da gelassen. Und was schönes gebastelt. Ich will nur zeigen, nur klären, was habe ich gebastelt. Es war... Und schöne Sittstange. Sieht aus wie lange neu, aber ist nicht. Selbst gebaut. Massiv gebaut. Das ist Maturholz. Das ist äh... Ja... Brett aus... Bett. Ja... Das war ein Bett gewesen, ein Brett. Äh... Von Sperrmeln. War ein kaputten Bett gewesen. Und ich habe das... Wollen auf Sperrmeln legen. Gute Bretter. Gerecht gesägt. Und... Klärung erstmal. Erstmal habe ich das zusammengenagelt. Und dann das habe ich zusammengenagelt. Und dann das zusammengenagelt. Und dann das zusammengenagelt. Und dann die Füße. Und dann habe ich gedacht, weil das hat so ganze Zeit gewackelt. Weil die haben geturmt. Habe ich noch diesen Brett dran... dran geschraubt. Ja... Tut mir leid, ihr hier nicht fliegt wie die Touren. Aber ich habe das extra so gemacht, weil ich will euch erklären, wie habe ich das gebaut. Ähm... Sonst fliegen die weg. Dann fliegen ja sonst da oben die Gardinenstange und so. Und das will ich nicht. Ähm... Ich will... Nächstes Mal in Firmen drehe ich wie die Touren dabei. Mach ich nächstes Mal in Firmen. Und das ist sehr tolle Sache, selber zu bauen. Statt es zu kaufen so was. Leute kaufen immer so Sachen. Wieso nicht selber bauen so was. Muss nur die Idee zu haben dafür, so was selber zu bauen. Ja... Ich habe nur so ein paar Bretter genommen, zugeschnitten und das war's. Heute habe ich kein Video davon gedreht. Wie habe ich das gemacht, aber... So muss das gemacht sein. Ja, wenn jemand Tiere liebt, muss man auch mal so was machen, ne? Was schönes. So... Heute lasse ich nicht raus, weil ich kriege gleich Besuch. Morgen lasse ich die wieder raus. Und dann... Kann ich mal... Zeigen wie die Touren. So... Hat es gut gefallen? Dieses... Video... Ähm... Dann... Nicht vergessen, abonnieren, weiterbefehlen. Wieso bin ich so rot? Wieso bin ich so rot? Höh... Ich bin ein Gunk. Das ist wie von der Lampe. Ähm... Abonnieren, weiterbefehlen und ähm... Ähm... Ja... Ich vergesse weiter ihr Filmen. Und ich sag schon mal Tiss, euer kleinen Hobbygegner Mahnen und Hobby Aquaristik. Tschööööö! Tschöööööööh! xD Untertitelung des ZDF für funk, 2017